Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Es betrifft alle Lebensbereiche, so auch die Milchproduktion. Wir wollen an kommende Generationen denken und unsere Umwelt heute so schützen, dass auch unsere Kinder eine intakte Umwelt vorfinden. Eine große Herausforderung dabei ist die Erderwärmung. Der Energiehunger unserer Gesellschaft ist so groß, dass die dadurch entstandenen Treibhausgase, solche wie zum Beispiel CO2, die Zukunft unserer Erde ernsthaft bedrohen. Welche Lebensbereiche sind verantwortlich für die Entstehung von zu viel CO2? Bei einem deutschen Durchschnittsbürger fällt der größte Anteil auf die Konsumgüter, gefolgt von Wohnen, Verkehr und Reisen. Essen und Trinken hat einen Anteil von 15 Prozent. Was tun nun landwirtschaftliche Betriebe, um ihre Milchproduktion nachhaltig zu gestalten? Es sind vier Bereiche, in denen die Nachhaltigkeit große Bedeutung hat. Ökologie, Tierwohl, Soziales, Ökonomie. Milchbauern wirtschaften in und mit der Natur. Der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser liegt auch im Eigeninteresse des Landwirts. Nur so kann sein Hof langfristig überleben. Viele Milchbauern produzieren grüne Energie mit Windkraft-, Solar- und Biogasanlagen. In Biogasanlagen können Gülle-, Mist- und Futterabfälle aus der Milchviehhaltung sinnvoll verwertet werden. Die Landwirte nutzen die Energie selbst oder speisen sie in das allgemeine Stromnetz ein. Nährstoffreiches Futter ist Voraussetzung für gesunde Tiere und hochwertige Milch. Beim Anbau wird mit Sachverstand vorgegangen. Düngemengen und Pflanzenschutzmittelbedarf werden mittels modernster Technik genau berechnet. Beim Wiederkäuen entsteht im Kuhmagen Methan, das auch ein Treibhausgas ist. Dies ist allerdings ein natürlicher Vorgang, der nach heutigen Erkenntnissen nur wenig zu beeinflussen ist. Unsere Bauern leisten einen großen Beitrag zur Landschaftspflege. Für sie gehört es wie selbstverständlich dazu. Die Gräben, Hecken und Feldgehölze bieten vielen Tieren einen Lebensraum. Die Milchbauern kümmern sich um tiergerechte Haltung und die Gesundheit ihrer Kühe, vielfach mithilfe moderner Apps. Durch Kuhbürsten, komfortable Liegeflächen und im Sommer auch mal Kuhduschen steigern sie das Wohlbefinden der Tiere. Dies wirkt sich positiv auf die Leistung und Lebenszeit der Kühe aus. Durch Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Milchbetrieben leisten Milchbauern auch einen sozialen Beitrag. Außerdem engagieren sich viele ehrenamtlich für einen starken und lebenswerten ländlichen Raum. Zum Beispiel in der Feuerwehr, in Sportvereinen oder bei den Landfrauen, die wichtige soziale Aufgaben übernehmen. Die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit mit dem ökonomischen Erfolg eines Betriebes in Einklang zu bringen, ist oft ein Balanceakt. So erfordert zum Beispiel der Bau eines modernen Kuhstalls mit mehr Tierwohl eine hohe Investition, die sich nicht jeder Betrieb leisten kann. Unsere Milchbauern arbeiten daran, dass die Nachhaltigkeit auf ihren Höfen ständig gesteigert wird. Es wird weiter geforscht, neue Ideen werden ausprobiert und zukunftsweisende Projekte gestartet. Und bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass Milch ein hochwertiges Nahrungsmittel ist, welches viele wichtige Nährstoffe auf einmal liefert. Mehr Informationen zur Milch finden Sie auf unserer Homepage www.dialog-milch.de